Für Schmerzmittel ist es jetzt zu spät. Für Drogen ist es nicht zu spät. Ich bin Millie. Lynn? Millie, meine beste Freundin. Wir haben alles zusammen gemacht. Und obwohl Millie immer etwas schräg war, wurde sie eine wundervolle Mutter. Während ich immer nur eine Tante war. Deine Eier sind fertig. Das Ding sagt was anderes. Ich hatte nicht viele Fotos, auf denen Millie nicht war. Sie war immer da. Vermiss dich jetzt schon. Der Tumor ist bösartig. Hey, was machst du heute Mittag? Ist alles in Ordnung? Ich muss eine Chemo machen, so ziemlich ab sofort. Hat er gestreut? In meinem Körper. Ja. Oh Gott. Jess, das ist mein Pfleger. Sam? Sam? Das ist Jess, meine beste Freundin? Wow, was für ein großer Prügel. Ich werde aussehen wie ein Mutant. Wer interessiert sich da noch einen Scheiß für mich, Jess? Ich. Vor mir, irgendwas was passt. Oben oder unten? Jess, du solltest es ihr sagen. Ich will ihr nur nicht sagen, wie toll mein Leben gerade ist. Überraschung! Ich weiß, alle genießen dieses teure Essen hier, während sie auf meine Perücke starren. Hey. Nein. Ich bin auch nicht tot, also lasst uns da auf trinken. Warte. Mister, können Sie uns hier hinbringen, bitte? Das ist nicht der Weg nach Haus. Siehst du, als Abenteuer. Warum ziehst du mich bloß in diesen Scheiß mit rein? Mom, ich verpasst dir ein paar neue Brüste. Oh, ein bisschen größer, bitte. Mama. Komm schon, Gruseltitte. Verbinden wir dich mal wieder. Ich will wirklich, dass es einen Himmel gibt. Meinst du, die lassen mich da rein? Nur wenn der Türsteher beide Augen zudrückt.